Jetzt ist Schluss mit Lustig, so ist es. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, so ist es. Heute mit dem Titel Trinkfest und Arbeitsscheu, aber der Kirche treu. Mein Name ist Steffen und ja, gegenüber oder ja, digital verbunden ist mir heute wieder Julian. Julian, grüße dich. Grüße dich, grüße euch. Ja, ich melde mich heute mal nicht aus Marburg, sondern aus Bad Hersfeld, weil ich bin auf Seminarwoche, weil ich betreue ja FSJler. Genau, da sind wir diese Woche auf Bildungswoche in Bad Hersfeld in der Jugendherberge. Genau, habe gerade Mittagspause und von daher melde ich mich gerade mal von hier aus. Und was ich vergessen habe, natürlich der Mann, der mir gegenüber sitzt, der freut sich auf Hausarbeiten schreiben. Ja, wie kommt es denn dazu, Julian? Ja, das heißt freuen. Also wir haben jetzt ein neues Semester, es sind viele Hausarbeiten. Also freuen tue ich mich nicht unbedingt, aber ich freue mich über die Themen auf jeden Fall, weil ich habe eine Geschichte, ein Seminar, das geht über die Karolinger. Genau, Karolinger sagt vielleicht nicht direkt jedem was, aber Karl der Große hat man vielleicht schon mal irgendwie gehört. Genau, und dann war so die Themenvergabe für die Referatere und die Referatethemen sind dann meistens auch die Themen für die Hausarbeit. Ja, und ich darf über Rabanus Maurus schreiben und irgendwie jede meiner Rallye-Studenten guckt mich an und denkt so, wer ist Rabanus Maurus? Und ich als Petersberger Urgestein denke mir so, ja, das ist genau der Mann, wo ich gerne drüber schreiben würde. Also, ja, läuft auf jeden Fall. Ja, ja, sehr gut. Ja, Rabanus Maurus ist ja auch so ein bisschen von daheim noch. Hat man ja schon oft gehört und, ja. Da ist man heimatlich verbunden, ne? Und das passt ja irgendwie auch ganz gut zu unserem heutigen Thema, ne? Heimatlich verbunden, Steffen? Ja, weil haben wir beide, denke ich schon, oder du bist noch mehr wie ich vielleicht, aber denn es geht heute, wir sind ja weiterhin bei so Aufgaben, Dienste, Berufe, so von Kirche, hatten letztes Mal die Messdiener. Und dann ist es oftmals so, hat man dann die Möglichkeit, wenn man dann 15, 16 ist, Gruppenleiter, Gruppenleiterin zu werden. Und darum soll es heute gehen und da gibt es manchmal so diesen Spruch, den die Gruppenleiter eben auch bringen, deswegen trinkfest und arbeitsscheu, aber der Kirche treu. Ja, das weiß ich noch, ich habe das das allererste Mal gehört, im Zeltlager, da war ich, glaube ich, neun oder so. Und bei uns war das Tradition früher, dass man Fußball gegeneinander gespielt hat, Gruppenleiter gegen Krüpplinge. Das war immer so im Zeltlager, das eine Match, wo dann, also manchmal gab es noch ein Rückspiel, aber normalerweise gab es immer ein Match, wo dann irgendwie gefühlt 80 Kinder gegen 20 Gruppenleiter gespielt haben. Und das war auch so ganz random, weil die Gruppenleiter dann immer so professionell, die sind dann eingelaufen und dann standen wie so eine Fußballmannschaft da und alle dann so drücken. Fest und arbeitsscheu, aber der Kirche treu. Und irgendwie das, von da habe ich das irgendwie geprägt gehabt. Also das ist so ein Lied, was mich irgendwie auch bekleidet. Ja, 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 ist ja gut. Gruppenleiter, ich kenne jetzt kein Gruppenleiterlied, ja, von früher, von den Schönstattbewegungen, da war es immer die Bonifatius-Hymne. Wir haben auch so ein Fußballspiel gehabt, auch ganz offiziell mit Hymne und so. Ja, aber Gruppenleiter spielen ja nicht zumindest vorwiegend Fußball, sondern haben ja auch ganz viele Aufgaben, ne? Ja, du bist noch näher dran, weißt du noch, wie es bei dir so begann? Oder gab es für dich überhaupt die Frage, ich mache keinen Gruppenleiter, oder? Also für mich war, also gut, Messdiener hatten wir das letzte Woche ja schon mal, da war so, ja gut, Messdiener wird man dann irgendwie, gehört halt irgendwie dazu. Und daher, dass meine Schwester so gesehen immer so ein Step vor mir war, konnte ich mich so ein bisschen daran orientieren, was sie gemacht hat auch. So ein bisschen so auch als Vorbildsrolle. Und für mich war dann irgendwie auch klar, ja, ich will auf jeden Fall Gruppenleiter werden. Und ja, ich muss auch sagen, dass mich auch sehr an meinen Gruppenleitern damals orientiert, das waren schon auch Vorbildspersonen für mich. Auch wenn wir immer mal auch ein bisschen Zwerch miteinander hatten. Ich glaube, wir waren unbedingt die nettesten Grüpplinge, aber ja, und daran war dann für mich irgendwie klar, Gruppenleiter zu werden. Und dann war so ein bisschen so das Ding, ab welchem Alter? Ich war damals schon mit 14 Gruppenleiter. Ich will jetzt nicht sagen, dass das krass war, aber man hat mich gebraucht, weißt du, ich war da. Nee, also wir haben dann so einen Crashkurs gemacht, weil es irgendwie so hieß, so erstmal gut irgendwie so einzusteigen, weil man irgendwie, glaube ich, den Gruppenleiterkurs damals erst mit 15 respektive 16 machen durfte. Genau, dann haben wir so einen Crashkurs gemacht und dann beginnt man so mit den einfacheren Aufgaben irgendwie. Klar, dann kommt Zeltlager, eigentlich erstmal mit Messdienerstunden. Das war so die allererste Gruppenleitertätigkeit, die für mich im Mittelpunkt stand. Ja, bei mir war das ganz anders. Eigentlich, da gab es ja so diese Messdienerarbeit, sondern da wurde die Messdienerarbeit vom Pfarrer noch gemacht, so wirklich auf dem Dorf. Und dann, wir hatten dann eine junge Gruppe mal eröffnet. Da waren wir dann Gruppenleiter und eben durch meine Schönstatttätigkeit, da war das dann offizielle. Da hatten wir dann noch Gruppenleiterschulung, in die das Haus ist ja die Schönstattbewegung. Und da bin ich dann mitgefahren auf Zeltlager und so weiter. Also war ich da eher verbandlich, sag ich mal, anstatt in der Pfarrei organisiert. Aber es waren immer tolle Zeiten und das war schon cool, mit vielen Jugendlichen so unterwegs zu sein für eine gute Sache. Irgendwie auch anders als in der Pfarrei zu Hause und da irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Zeltlager war schon eine geile Sache, die vorzubereiten und eine Gruppe zu leiten. Und ich war schon, muss ich sagen, immer schon sehr nah an den Kids. Also ich finde das, was halt ganz cool ist, man hat irgendwie so eine Vorbildsrolle irgendwie. Ich merke das jetzt hier auch gerade wieder bei den FSJlern. Die sind vielleicht genauso alt wie man selber oder irgendwie ein Jahr jünger, zwei Jahre jünger. Und hier ist es halt nicht Gruppenleiter, sondern ein Teamer. Aber man hat trotzdem irgendwie so eine Connection zueinander, dass, ich will jetzt nicht sagen, die zu einem hochschauen, aber irgendwie schon auch den Respekt haben, irgendwie das so wertschätzen, was man auch macht. Und das ist ja das auch, klar, ich sag mal, wenn man dann Messdiener hat, die sind dann neun Jahre alt, man ist dann selber 15, 16 vielleicht, wo ich sage, ja, natürlich ein Neunjähriger, der freut sich noch mehr darüber, irgendwie Räuber und Gendarmen zu spielen. Aber hier merke ich zum Beispiel, je älter die Kids auch werden, desto mehr freuen die sich auch darüber, irgendwie auch mal ein Gespräch zu führen, mal irgendwie einen Ansprechpartner zu haben. Und so hier, keine Ahnung, ich würde mich gerne mal darüber unterhalten. Und da merke ich auch, dass diese Gruppenleiter-Tätigkeit einem total selbst auch gut tut. Ich weiß noch damals, in Künzel, im FSJ, da hattest du mal bei den Firmlingen gesagt gehabt, dass Gruppenleiter sein eigentlich gar keine Nachteile hat, weil das so viele Vorteile eigentlich auch mit sich bringt, auch mal vor Leuten zu sprechen, mal Verantwortung zu übernehmen. Und ich finde einerseits, dass das die soziale Ader von einem fördert und andererseits einem auch in seinem späteren Lebenslauf auch nicht schadet. Also kein Arbeitgeber sagt, oh, du warst Gruppenleiter irgendwo, du hast dich sozial engagiert, deswegen will ich dich nicht haben. Also deswegen finde ich es eine super Sache. Ja, also das hat schon wirklich, auch da im Leben, glaube ich, wirklich, ob es im Beruflichen dann ist oder dann auch wirklich privat, wo man sagt, so, dass man irgendwie da auch an Persönlichkeit wächst. Das finde ich auch da klasse. Und wenn man so überlegt, wie vielfältig auch Aufgaben sind, wir haben jetzt über die Messiner gesprochen, da gibt es in vielen Vereinen wöchentlich Gruppenstunden, wo die Gruppenleiter sich engagieren. Manche machen sich mehr Gedanken, manche vielleicht weniger. Und was ganz wichtig ist, das ist ja mittlerweile wirklich Standard, dass man sagt, ein Gruppenleiter braucht eben auch eine Gruppenleiterschulung. Die kann man machen bei der KJF, bei der KJG oder so. Und da ist auch eine Präventionsschulung mit drin. Also es ist ja auch ein bisschen zeitlicher Aufwand, so eine Präventionsschulung, Gruppenleiterschulung. Das sind Wochenenden, die da irgendwie auch in dem Sinne geopfert werden für eine gute Sache. Und das sehen vielleicht auch viele nicht, viele Ältere vielleicht auch. Mittlerweile ist Gruppenleiter, das ist schon eine ganz wichtige Aufgabe, auch für eine Kirchengemeinde. Denn wir Hauptamtliche, wir könnten das nicht leisten, diese ganzen Gruppenstunden oder manche Vorbereitungen. Und ich finde, wir haben jetzt auch immer wieder schon in Podcasts über Talente so gesprochen, auch wo ist irgendwie mein Platz in der Gesellschaft. Und genau das Gruppenleiter sein kann das auch nochmal fördern. Wo kann ich meine Talente einbringen? Also wenn ich beispielsweise, ich finde das im Künstler im Zeltlager ganz cool, dass es da Themengruppen gibt, glaube ich, und wie heißt das andere? Spiele-Team. Spiele und Themen, ja. Genau. Wo man dann sagen kann, okay, keine Ahnung, ich bin jemand eher, der kreativer ist, der Ideen hat, was für Spiele man spielen kann, gehe ich eher in die Gruppe. Bin ich aber eher jemand, der sagt, okay, keine Ahnung, ich mache mal eher was Impulsmäßiges, mal eher was Thematisches, gehe ich eher in das Team. Und so gibt es auch verschiedene Sachen, wo man sich engagieren kann. Nicht jeder Gruppenleiter hat eine Messdienerstunde. Nicht jeder Gruppenleiter hilft beim Hutzelfeuer mit oder bei der Sternsingeraktion oder wie auch immer. Sondern jeder kann gucken, wo er seine Talente einbringen kann. Es gibt auch manche Gruppenleiter, die sagen, sie fahren einfach mit ins Zeltlager, weil ihnen das total Spaß macht, diese eine Woche. Aber was anderes brauchen sie nicht. Und da finde ich, ist das auch total cool. Natürlich, man braucht schon so einen gewissen Gruppenleiterstamm. Ich muss auch sagen, dass zu der Zeit, wo ich noch jüngerer Gruppenleiter war, wir so eine feste Gruppe von so sieben, acht Gruppenleitern waren, wo ich sage, wir haben da jedes Wochenende irgendwie was gefühlt zusammen gemacht, weil man irgendwie die Gemeinschaft da auch irgendwie hatte. Und die sind natürlich schon wichtig. Aber gleichzeitig ist es total auch wichtig, Leute auch mal punktuell da zu haben, wo man sagen kann, genau da weiß ich jetzt, da muss ich den ansprechen. Und da hilft er mir. Und vielleicht ist er dann bei anderen Sachen nicht mehr dabei. Aber genau in dem Moment weiß ich, da brauche ich den und da hilft er mir auch. Ja, und es ist auch mehr und mehr. Und so, wenn man so an die Gruppenleiter guckt, das ist in Petersberg oder hier in Künzelt noch mehr mit den Vereinen. Man sieht eben auch, dass da eine Verbindung ist. Ob das dann zur Kirmes ist, ob das zum GVK ist, zur Feuerwehr. Und das ist halt irgendwie schön, dass man eben gesagt hat, man hat da Gruppenleiter, die sich engagieren in Kirche, aber auch ganz normale Leute sind letzten Endes, die sich da engagieren, der Kirche treu sind, aber eben auch trinkfest. Und auch bei anderen Dingen irgendwie auch voll mit dabei sind. Also das ist auch wichtig, das ist aus dem Leben. Und ich bin da immer sehr, sehr stolz auf Gruppenleiter. Ich glaube, mittlerweile ist es für viele, wo es ist, ah, es ist zu viel Zeit oder so. Man merkt so ein bisschen eine kleine Delle. Aber die, die da sind, die sind immer hochmotiviert. Und das finde ich schön, auch noch beim Dienen, dass man als Vorbild, das hast du gesagt, Vorbild. Ich glaube wirklich gerade, ob das Neunjährige sind oder dann auch 13-, 14-Jährige. Die gucken zum 18-Jährigen, erstens ist da noch ein bisschen eine Connection da. Die gucken nochmal ganz anders auf einen. Und das ist einfach schön, wenn die sehen, da ist jemand hier, das ist doch cool, wenn da so ein jugendlicher, junger Erwachsener mit uns hier so unterwegs ist, mit uns Spiele spielt oder auch mal über Themen spricht. Das ist schon das Begeisterte. Das können gefühlt manchmal, also eher die 40, 50 Leute weniger. Ja, und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also großes Lob und großes Dankeschön an alle, die sich irgendwie ehrenamtlich engagieren, Gruppenleiterinnen, Gruppenleiter, die irgendwie sagen, hier, ich engagiere mich da, ich versuche da meine Talente einzubringen, macht weiter so. Das ist super, genau solche Leute brauchen wir. Hast du noch was zum Thema Gruppenleiter? Nee, wie gesagt, weiterhin dranbleiben und gucken, wer es so hört. Vielleicht kann man sich engagieren oder auch die Leute auch mal ein Lob sagen, dass es die Gruppenleiter gibt, das kommt vielleicht manchmal zu selten, wo man es da sagt, weil die machen ganz viel im Alltag, kümmern sich da mit um die Jugendarbeit vor Ort und das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Dienst an der Kirche, nach Messdiener, Gruppenleiter oder eben auch ohne Messdiener, Gruppenleiter zu sein. Ja, apropos Messdiener, können wir noch auf die letzte Folge eingehen. Ich habe nochmal auch geguckt gehabt nach unserer Umfrage, die wir drin hatten. Ich fand es ganz spannend, also wir haben auch viele, die Messdiener waren. Ich glaube, irgendwie 15, 20 Leute haben, glaube ich, gesagt, sie sind Messdiener, aber auch 10, die gesagt haben, sie sind keine Messdiener. Also auch nochmal hier zu sehen, also Messdiener-Seiten ist nichts Selbstverständliches und wir hatten es letzte Woche, früher war es eben nicht so, dass jeder Messdiener sein konnte. Also von daher engagiert euch, bringt eure Talente ein und genau, bleibt der Kirche treu. Genau, ja, das war es zum Thema Gruppenleiter. Jetzt schauen wir noch auf unser sportliches Highlight und die Tipps, da hatte Julian ausgehört, die Bayern waren richtig getippt und der Rest. Gladbach-Hoffenheim, ach, kannst du die Donne kloppen, kannst du vergessen. Aber wir steigen vielleicht noch ab, das Halleluja. Ja, aber du dreckst ja Gladbach heute, ne, du dreckst ja Gladbach. Man muss immer zu seinem Verein stehen, auch wenn es ab uns nicht läuft. Ja, Samstag, Steffen, Bayern-Frankfurt. 15, 30. 2-0 für die Bayern. 2-0 für die Bayern. Frankfurt ist ja so ein Angstgegner eigentlich, aber wenn, dann nur in Frankfurt. Eher in Frankfurt, ja. Ich sag 3-1 für die Bayern. Ja, von Champions League. Ja. Dann haben wir das Topspiel, Leverkusen gegen Stuttgart, 18, 30. Ich muss sagen, ich habe letzte Woche... 3-1 Leverkusen. 3-1 Leverkusen. Ich habe letzte Woche auf 2-0 Dortmund getippt. Aber ich habe mich so gefreut, dass die 1-0 geführt haben und dann 90 plus 7, das kannst du ja wieder keinem erzählen. Aber ich sage trotzdem, Stuttgart gewinnt 2-1. Oh, ja, das ist mutig. Ich sage, diese Serie, sie muss irgendwann mal brechen und Stuttgart ist für mich die letzte Hoffnung, die das schaffen irgendwie. Genau, und dann kommen wir noch zu meinem Verein. Gladbach gegen Union in Gladbach Sonntag, 15, 30. Was sagst du, Steffen? Schaffen wir die drei Punkte, dann sind wir vielleicht safe. 1-2. 1-2 für Union. Ja, ich will noch ein bisschen Spannung haben. Union hat jetzt das Debakel, oder was heißt den hohen Niederlagen, die sind, denke ich, die müssen auch nochmal richtig ran. Und die Gladbacher haben es vielleicht noch nicht ganz angenommen. Und da bin ich gespannt. Ich hoffe, sie haben jetzt Mitgliederversammlung die Woche. Ich hoffe, dass sie es jetzt mal gerafft haben. Ich sage, wir gewinnen 2-1. Ich sage, wir holen die drei Punkte und dann haben wir uns doch nochmal ein bisschen gesaved. Naja. Ja. Dann stellen wir heute Abend noch Zeit für dich, ne? Genau, herzliche Einladung noch ins Thomas-Morris-Haus. Zum letzten Zeit für dich, jetzt vor der Sommerpause schon. Ja, und ansonsten schaut mal, was so ist am Wochenende. Wir wünschen euch da eine gute Zeit und ja, wir sehen uns oder hören uns dann ja auch wieder nächste Woche. Wer ist jetzt noch die Folge, Steffen? Nächste Woche heißt die Folge, da geht es ums Lesen, ne? Und wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mal sehen, welcher Dienst, welche Aufgabe es da betrifft in der Kirche, ne? Jawohl. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, und wenn wir nichts mehr haben, sagen wir zum Abschied noch, bleibt trinkfest. Ciao, ciao. 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 Ciao.